Haben die Bienen den Winter überlebt oder nicht? Freunde, es ist wieder soweit. Das Bienenjahr 2023 geht offiziell los. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Das werden wir jetzt herausfliegen. Das werden wir jetzt herausfliegen. Ich habe noch nicht einmal in die Völker reingeguckt, weil ich die im Frühling noch in Ruhe lassen will. Aber jetzt ist es so warm und auch schon so lange, dass wir jetzt mal gucken, wie es denen geht. Weil im Frühling kann es passieren, dass die verhungern. Dem weiß ich, dass es... Oh, krass. Pass mal das Kissen an. Oh, yo, das ist richtig warm. Oh, guck mal, hier ist ein Bücherskorpion. No way, Digga. Digga, die wohnen hier jetzt, Alter. Wie geil ist denn das? Weißt du, warum die da sind? Wegen dem Bienenvolk, weil es so warm macht. Hier drunter ist jetzt das Bienenvolk und es ist extrem warm. Sie heizen hier ihre Brut auf über 30 Grad drauf. Alter, es kann sein, dass der Kasten komplett voll ist mit Bienen. Boah, ich bin gespannt, Alter. Manchmal, wenn man im Frühling hinkommt, sind sie ein bisschen aggressiv. Au. Geil, das funktioniert, Alter. Ey, ich bin so hyped auf den Frühling, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich brauche mal hier ein Werkzeug irgendwie. Ich brauche mal hier ein Werkzeug. Ich brauche mal hier ein Werkzeug. Ich brauche mal hier ein Werkzeug.